Hallihallöchen, mein Name ist Lars und ich heiße euch an und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Plunder Creations bei uns hier auf dem Kanal. Heute geht es darum, dass wir mit Rigging und auch ein bisschen Weight Painting gegebenenfalls einen simplen Charakter zum Leben erwecken. Hierzu bedienen wir uns dem klassischen Minecraft Steve und wir bauen eben mit Bones und einer Armature für diesen einen Rig auf, um ihn darüber entsprechend auch zu animieren. Solltet ihr die Blender Guides Folge verpasst haben, kann ich euch nur empfehlen, diese anzuschauen und nachzuholen, denn dort werden alle relevanten Grundlagen zum Thema Rigging und in dem Fall auch zu Weight Painting erklärt. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert vor allem auch unseren Kanal samt der Aktivierung einer Glocke auf diesem Channel, um keine weiteren Videos zu verpassen und zu sagen, ich möchte hier unbedingt jede Woche mehr Blender aufs Neue sehen. Starten wir wie immer mit einer komplett leeren Szene. Zuerst einmal müssen wir die grobe Struktur dieses Charakters nochmal bauen. Wir starten hierbei ganz simpel. Wie immer werden wir erst den Charakter kurz modellieren und im Anschluss daran uns mit den weiteren Grundlagen beschäftigen. Beginnen wir damit diesen Würfel hier im Edit Mode zu verändern. Zuerst skalieren wir in der Y-Achse mit 0.5, dass wir diese Größe hier ca. haben. Dann skalieren wir in der Z-Achse mit dem Faktor 2, dass wir diese Größe hier haben. Und dann bewegen wir über GZ ihn auch schon gut 5 Meter nach oben. Als nächstes werden wir diesen Bereich hier über Shift-D einmal duplizieren. In der X-Achse über SX mit 0.5 skalieren auf diese Größe hier. Und das dann um GZ 5 Meter nach unten bewegen. Und das dann nochmal um einen Meter nach oben korrigieren. Und zwar hier. Jetzt müssen wir das Ganze über GX um 0.5 Meter nach rechts bewegen, dass wir das erste Bein haben. Und jetzt können wir dieses nebenüber Shift-D duplizieren und auf die rechte Seite über GX minus 1 bewegen bis hierhin. Jetzt haben wir die beiden Beine schon fertig und wir können weiter zum Rest des Körpers weiter oben gehen. Wir schnappen uns nochmal die vordere Fläche des Körpers hier. Drücken STRG L, um alle verlinkten Faces auszuwählen. Wir duplizieren erneut über Shift-D das Ganze. Dann wählen wir nochmal aus Skalieren und zwar in der Z-Achse mit 0.5, sodass wir eine Höhe von 2 Metern hierbei haben. Und das schieben wir nun auch nochmal um GZ 2 Meter nach oben. Dann sind wir im Körper 3 Meter, dort wird der Kopf ca. sein. Diesen Kopf skalieren wir nun noch einmal entlang der Y-Achse und zwar um den Faktor S2. S, Y, 2 bis hierhin. Und jetzt haben wir schon so gut wie alles, wir brauchen ja nur noch hierbei die Arme. Und die Arme werden wir uns aus den Beinen erstellen. Und die Arme werden wir uns hierbei aus den Beinen erstellen. Hierzu wählen wir ein Face eines beliebigen Beins aus, egal ob links oder rechts. Wir drücken STRG L. Um dieses Komplette auszuwählen, drücken erneut Shift-D für Duplizieren und bewegen das über GX 1 Meter nach links. In dem Falle minus 1. Dann gehen wir hierbei nochmal nach oben und zwar ca. 3 Meter, 4 Meter bis dorthin. Und als nächstes duplizieren wir das nochmal erneut über Shift-D und verschieben das hingegen noch ein letztes Mal über GX. Und dann sind es 3 Meter auf die andere Seite hinüber. Nun haben wir einen perfekten, simplen Minecraft-Dude-Charakter hier in dem Falle fertig. In dem Falle die Grundform von Steve. Vielleicht ein bisschen schmal geraten, aber schon funktional komplett so, wie wir ihn brauchen. Das Einzige, was wir machen sollten, was hierbei wichtig ist, die Füße sollten immer auf der grünen Linie sein. Oder in dem Falle auf dem XY-Plane. Also müssen wir alles über A auswählen und über GZ hier noch einen Meter nach oben bewegen, so dass er wirklich hierbei auf dem Koordinatensystem hier drauf steht. Nun ist der Charakter schon soweit fertig. Wir können mal in der Seitenansicht über Nummernblock 1 gucken, wie groß dieser ist. Das dürfte, wenn ich es nicht verschätze, hier in dem Falle 10 Meter sein. Ist ein bisschen groß für den Menschen. Deswegen, wir gehen nochmal herunter. Wählen hier oben den 3D-Cursor als Relative Transform Pivot Point aus. Und wir skalieren das Ganze mal über S und dann 0.2 auf eine Charaktergröße von 2 Metern eben, damit er auch wirklich, wie ihr hier sehen könnt, in die normale Charaktergröße wunderbar hineinpasst. Und jetzt beginnt der spaßige Teil bezüglich des Themas Rigging. Wie können wir den Charakter, den wir bis hierhin gebaut haben, in wirklich simpler Form jetzt mit einer Armature ausstatten und ihn animieren? Hierzu werden wir zwei Varianten des Ganzen bauen. Die erste Form ist diese hier, wie wir ihn gerade sehen. Das ist der klassische Minecraft Steve. Den werden wir einmal riggen. Und ich werde noch eine weitere Variante nehmen. Und zwar nennen wir ihn mal hier oben Cube0001. Die zweite Form. Und den werden wir auch noch riggen. Aber den werden wir im Vorhinein erstmal über meinen Hotkey, in dem Falle D, mehrfach subdividen. Das könnt ihr ebenfalls machen, indem ihr rechtsklickt und dann hier Subdivide drückt. Dann habt ihr in dem Falle das Mesh weiter unterteilt. Gleichzeitig könnt ihr auch hier nochmal über Rechtsklick einen weiteren Shortcut hinzufügen. Sollt ihr noch keinen haben. In meinem Falle ist für mich hier D gesetzt. Wir klicken also hier rein. In meinem Falle D einmal, zweimal, dreimal. Das sieht doch ganz gut aus schon. Und dann haben wir jetzt hier den Körper vielleicht eher länglich unterteilt. Ist aber gar nicht schlimm. Es funktioniert trotzdem genauso gut. Wenn wir noch wollen, könnten wir auch hier noch weitere Loopcuts setzen, um eben hier über Steuerung R weitere Schnitte einzufügen, um es gleichmäßig aussehen zu lassen. Aber für den Moment soll das hier erstmal in der zweiten Form reichen. Bauen wir nun die Armature. Und hierzu brauchen wir zuerst die grundlegende Variante. Das ist dieser hier. Übrigens über die Statistiken hier oben rechts mit diesem Haken hier, können wir uns mal anschauen, wie viele Polygone dieser Charakter hat. Wir haben insgesamt 48 Vertices, die jetzt im nachfolgenden über Bones animiert werden. Also nicht zu viele. Für euch ist nur wichtig zu wissen, je mehr Vertices in einem Mesh drin sind, desto mehr haben die jeweiligen Vertex-Groups an Größe und desto mehr Punkte werden auch durch das Updaten eines einzigen Bones gegebenenfalls updated. Also in dem Falle rotiert, bewegt, skaliert. Solltet ihr euch nur merken nebenbei. Gehen wir nun hin und fügen für diesen Charakter über Shift-A hierbei eine Armature, und zwar Single Bone, hinzu. Diese Armature nutzen wir nun mit wieder über Alt-Z, hier in dem Falle Raycasting, aktiviert, wissen Sie in dem Falle. Um diese Armature nun sichtbar zu machen, müssen wir zuerst einmal die Funktion X-Ray nutzen. Hierzu haben wir oben rechts dieses Viereck oder über Alt-Z den Hotkey und schon sehen wir diesen Bone. Hier unten im Operation Panel können wir auch konfigurieren, wie groß dieser ist, wissen Sie die Armature allgemein. Aktuell reicht uns hierbei ein Meter vollkommen aus. Nun gehen wir mit Tab in den Edit-Mode, hier oben links sieht es auch nochmal im Dropdown Edit-Mode, und nun können wir die Armature konfigurieren. Um diesen Bone nun zu bewegen, können wir über GZ ihn nach oben ziehen und circa mal schauen, bis wo es funktioniert. Wir brauchen circa 0.82 Meter bei unserem Charakter, und zwar nach oben, damit wir den Torso hierbei erwischen. Schauen wir uns das Ganze in der Seitenansicht über Nummernblock 1 mal genauer an. Wir sehen hierbei, dass wir mit dem Knochen etwa über der Hose sind, in diesem Fall in dem Bereich hier. Wir sind genau in dem Körper drin. Wenn wir mal das Mesh auswählen, sehen wir auch nochmal hier genau, die blaue Kante hier unten ist unterhalb des Bone-Startpunkts. Das ist schon mal richtig so. Als nächstes gehen wir ein bisschen nach oben nochmal hier hin und quälen den Bone nochmal aus und gehen in den Edit-Mode. Denn dieser Part hier oben sollte ein bisschen tiefer, bis circa hier auf die blaue Linie. Und dann haben wir nochmal einen Kopf-Bone, der muss hier oben raus über EXTUDED werden, bis hier hin. Und nun können wir die Arme bauen. Hierzu brauchen wir den oberen Bone. Und jetzt aufgepasst, das habe ich euch in der Blender-Guide nicht gezeigt, aber wenn ihr nun hingeht über Shift-D und diesen Bone dupliziert, dann habt ihr ein Duplikat des Kopf-Bones. Allerdings ist er getrennt von diesem Body-Bone. Und wenn wir ihn nun bewegen über GX, seht ihr auch hier, dass dort eine gestrichelte Linie auftaucht. Diese gestrichelte Linie bedeutet, dieser Bone hat nach wie vor eine Parent-Relation. Einen Parent, der ihm übergeordnet ist. Und anhand dessen er sich ebenfalls mit transformiert. Als Beispiel ist es ja so, wenn wir als Mensch unseren Rücken bewegen, geht der Kopf, der Hals, die Schultern, alles automatisch ja mit nach vorne oder auch nach hinten. Hier ist es nun genauso. Dieser Knochen ist getrennt von dem Body-Bone, aber durch diese gestrichelte Linie ist er nach wie vor ein Children dessen. Finden wir auch hier unten rechts im Bone-Tab, und zwar unter Relations. Hier ist der Bone eingetragen. Nur der Haken Connected ist hierbei weg. Das bedeutet also, wir haben ein Kind von dem Body-Bone, aber er hat keinen direkten Ankerpunkt hier am Ende des ersten Knochens. Wenn wir Connected einschalten, würde das so aussehen. Das wollen wir aber nicht. Deswegen nochmal ein paar Mal kurz STRG-Z, bis wir wieder hier sind. Und dann bauen wir uns eben hier raus, den Armknochen. Diesen lassen wir nun über GZ nach unten gehen, bis ca. hier hin. Und dann haben wir auch schon hier den Knochen eben für diesen Arm und die Hand. Den können wir nun erneut duplicaten über Shift-D in dem Falle. Und dann können wir ca. 10 GX. 1 Meter ist da drüben, das ist ein bisschen viel. 0.6 ist genau das, was wir haben möchten. Dort soll der zweite Bone hin. Und auch den können wir hierbei mit Enter bestätigen. Jetzt haben wir einen Kopf-Bone, den Körper-Bone, zwei Arme. Es fehlen natürlich noch hier unten die Füße. Und für die Füße brauchen wir genau dasselbe nochmal, nur umgekehrt. Wir müssen uns zuerst hier unten aus diesem Endbone-Stück, in dem Falle, einmal die Beine heraus extruden. Und zwar nehmen wir einfach direkt Taste E und wir gehen hier rüber bis an diesen Punkt hier. Wir nehmen nochmal auf dem gleichen Punkt hier E und gehen bis hier drüben hin. Und diese beiden, die wir nun hier sehen, können wir nutzen, in dem Falle über nochmal E für Extrude, Z-Achse und dann nach unten eben das Ganze hier hin ziehen. So haben wir nun eine simple, menschenartige Struktur in diesem Minecraft-Charakter sozusagen aufgebaut. Und das Schöne ist, wir sind schon mit dem Rigging fertig. Das ist schon die Magie dahinter. Das Spannende ist jetzt nur, müssen wir für diesen simplen Charakter überhaupt in irgendeiner Form Weight-Painting anwenden. Das kommt ganz drauf an. Das erste, was ich euch jetzt mal zeigen werde, ist, ihr solltet Bones anständig benennen. Denn egal, ob ihr jetzt das hier nur in Blender macht oder ob ihr nachher hingeht, in dem Fall und das gesamte Mesh einmal exportiert, ihr werdet die Struktur der Bones hier oben unter deinem Armature-Objekt haben, auch bei Unity und bei Unreal und bei Godot Engine, ist ganz egal. Dort findet ihr jetzt nämlich hier diese separaten Bones, die wir hier aufgebaut haben. Und dieser Bone hier, der Bone ist in dem Falle über F2, um zu benennen in zum Beispiel Body. Dann haben wir hier oben eben den Head-Bone. Dann haben wir auf dieser Seite hier Bone 002. Das ist umgekehrt, nämlich hier für uns gesehen gerade der Arm-L. Hier drüben umgekehrt haben wir Arm-R und weiter unten drunter, das hier ist Leg-L. Das hier ist Leg-R plus diese beiden Bones, die wir hier haben. Wir können die grundsätzlich auch über X dissolven oder eben deleten. Und jetzt seht ihr natürlich hier, die Beine sind getrennt von dem Rumpf. Das heißt, wir können nun den Oberkörper quasi drehen, wie wir wollen. Die Beine werden immer gleichbleibend sein, so oder so, waren sie auch schon vorher. Nur jetzt sind sie komplett von der Bone-Logik oben drüber getrennt. Viele machen Bonesätzen komplett anders, in dem Falle kleine Mini-Bones nehmen und die nicht wie ein menschliches Skelett in diesem Mesh platzieren, sondern eben an gewissen Punkten, die animiert werden sollen. Das geht genauso. Uns reicht aber erstmal diese humanitäre Struktur hier, also die skelettartige Form. Und nun können wir das Ganze in dem Falle auch mit Wades versehen. Hierzu müssen wir nochmal über Tab zurück in den Object-Mode. Ich behalte mir ein Duplikat dieser Armature über Shift-D mal kurz vor. Das deaktivieren wir genauso wie den Cube-001. Und nun können wir hingehen und ihr wisst es schon, zuerst das Mesh anklicken, danach die Armature über Shift in diesem Falle und dann über Strg-P Set Parent to Object mit Automatic Weights diese miteinander connecten. Und nun ist das passiert, was wir letztes Mal auch schon in der Blender Guide-Folge gesehen haben am Ende. Es wurden den Vertices automatisiert Vertex Groups erstellt. Die finden wir unter den Object Data Properties hier. Jede Group hat den Namen wie den Bone, dem sie zugehören. Und diese können wir nun steuern. Wenn wir jetzt mal das Ganze auschecken wollen, gehen wir hier oben mit der Armature ausgewählt, in dem Falle genau klicken bis hierhin, gehen wir nun in den Post-Mode und dort können wir nun die Bones bewegen, wie wir möchten zum Testen, ob das Mesh überhaupt funktioniert. Als Beispiel, wir schnappen uns diesen großen Bone hier in der Mitte. Wir rotieren ihn mal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Ihr seht, da unten sind Vertices von den Beinen, die mit angezogen wurden. Dann müssen wir also die Body Group gleich bearbeiten. Wir können mal hier die Armgruppe testen. In dem Falle, wir rotieren um den falschen Punkt übrigens. Wir sollten hier oben immer um den Individual Origin drehen. Was ihr einmal das hier seht, nämlich diese Form hier. Das sieht ja sogar schon wie gewollt aus. Hier drüben bei dem anderen Bone, mal kurz hier gucken, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Das klappt ebenfalls relativ gut. Müssen wir eventuell noch den Body aus den Arms rausnehmen. Den Body Bone selbst nochmal zum Gegenchecken. Ja, die Beine knicken sich leicht mit, aber funktioniert ebenfalls. Und beim Head Bone hier oben, wenn wir dort mal gucken, Seitenneigung links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Kopf drehen um die Z-Achse. Das sieht perfekt aus. Bei den Beinen haben wir wahrscheinlich den selben Fehler wie bei dem Body Bone. Wenn wir nun diesen hier drehen, werden wir sehen, dass der Körper sich leicht mit skalt. Deswegen hier haben wir einen kleinen Fehler. Ergo, wir können jetzt schon sagen, auch wenn wir noch nicht mit allen Bones durch sind, aber jetzt, wir haben fünf Bones, und zwar diese hier, die wir anpassen müssen. Dieser Bone hier hat den Body und er nimmt hier unten auch die Füße mit. Dieser Bone hier hat den Arm rechts und vom Weight Painting her nimmt er auch die Vertices mit, die zum Body gehören. Dieser Bone hier ist der Arm left und er hat Vertices, die zur Gruppe Body gehören und die nimmt er ebenfalls mit. Und bei den beiden, bei beiden, nehmen die Vertices vom Body mit. Das heißt, hier muss man mit Weight Painting eben das Ganze korrigieren. Machen wir das mal eben mal. In dem Falle gehen wir zurück hier oben in den Object Mode und wir korrigieren das Ganze einfach, aber auf eine schnelle Art und Weise. Statt jetzt hier mit Visualisierung auf dem Mesh zu arbeiten und hier jetzt über Weight Paint jeden Punkt anzumalen und ihr seht hier auch gerade schon bei der ausgewählten Group Leg, also Bein rechte Seite, dass die Vertices hier mitgenommen wurden, machen wir das wirklich sauber und zwar selbst, indem wir einfach die Vertices Groups neu aufsetzen. Das ist das einfachste, was wir machen können. Das heißt, wir sparen uns eben den Weight Paint Modus hier komplett und wir machen das in wenigen Klicks über die Vertex Groups hier im Edit Mode selbst richtig. Folgendes, Object Mode. Wir wählen das Mesh nach wie vor aus, switchen in den Edit Mode hinein und jetzt können wir gucken. Head, zuerst einmal oben der Kopf. Wir machen über Alt A einmal alle Vertices abwählen. Wir schauen uns zuerst einmal die Head Group an, indem wir den Button Select drücken und sehen dort, die Vertices sind passend zugewiesen. Klicken uns rüber zu dem Body, selekten dort einmal. Da haben wir schon das Problem, da sind anscheinend nicht alle zugewiesen worden, die hinein hätten sollen. Und ihr seht auch hier schon, da sind falsche ausgewählt worden. Das ist sehr schlecht, deswegen einmal über A alle auswählen, alle removen und beim Body über die Flächenauswahl das vordere Face auswählen, STRG L drücken und diese mit einem Weight von 1 diesem Body Vertices Group neu assignen. Und jetzt haben wir, wenn wir diese auswählen, select hier, haben wir die Vertices Group gefixt. Das heißt, die gehören alle mit Weight 1 eben zu dem Bone Body. Schauen wir weiter. Arm L, selekten wir einmal diese hier. Ihr seht, hier wird der Rücken mitgezogen und zwar die Vertices, die hier unten drunter liegen. Das ist ungewollt, deswegen nochmal über A alle auswählen, alle von denen, die wir hier haben, removen, den linken Arm ein beliebiges Face schnappen, STRG L drücken und nochmal hier neu assignen. Gleiches Spiel auch für den rechten Arm, ein beliebiges Vertex oder ein beliebiges Face auswählen. Auch hier nochmal erstmal Select drücken. Wir sehen, gleicher Fehler wie zuvor, über A alle removen, wiederholt einen Vertex, STRG L für den rechten Arm. Wir assignen diese neu und haben den Arm vollständig mit drin und gucken uns die Beine an. Das Bein auf der linken Seite hat bestimmt den gleichen Fehler. Wir selekten einmal alle und sehen die orangenen Linien. Das ist natürlich vollkommen falsch. A alles auswählen, wir removen diese und wir nehmen für das linke Bein hier unten wieder STRG L erneut und können diese auch wieder zuweisen. Beim rechten Bein, selbes Schema. Wir holen uns einmal alle, removen diese, wählen eine Fläche oder einen Vertex des rechten Beins aus, STRG L und wir assignen diese erneut. Jetzt dürften hierbei sämtliche Gruppen gefixt worden sein und parallel dazu auch haben alle invaliden Vertex Cs jetzt, die nicht mehr zur Gruppe gehören, keine Weights mehr, denn wir haben die sehr entfernt. Und nun können wir mal schauen, ob dem so ist. Und zwar gehen wir zurück ins Weight Painting und schauen uns mal an, ob das gleiche Farbschema wie eben für das Bein vorhanden ist. Eben hatten wir hier einen Farbverlauf über den Körper gehabt, das ist nicht mehr vorhanden, somit ist das Mesh für das rechte Bein gefixt, für das linke ebenfalls, für den Arm sowieso, für den Arm hier drüben auch, für den Head ebenfalls und für den Body genauso. So, das heißt, alle sechs Bones, die wir jetzt hier drinnen haben, haben die jeweiligen Vertices zugewiesen bekommen. Es ist kein Fehler mehr vorhanden und wir können nun erneut über die Armature hier in den Pose Mode gehen und uns das Ganze nochmal anschauen. Also, hier oben Headbone, Rotaten in dieser Achse, in dieser Achse und in dieser Achse. Perfekt. Dieser Bone hier, rotieren dahin, rotieren in dieser X-Achse. Perfekt. Hier drüben das ganze Schema genauso. Auch wunderbar. Der Knochen hier in der Mitte, der Body, das funktioniert ebenfalls. So, hier unten drunter die Beine, können wir auch checken. Da wird kein Vertex mehr mitgezogen, der nicht mit muss und beim anderen Bein hier ebenfalls. Das heißt, dieser Charakter ist soweit fertig. Wir haben unser erstes simples Mesh hier gerade geriggt und nun machen wir kurz einen Schnelldurchlauf und wiederholen das für eben Variante 2. Wir haben uns ja die Armature bereits duplicated. Wir haben auch eine Kopie des Meshes mit mehr Polygonen und jetzt splitten wir diese ein bisschen auf und zwar werden wir das zweite Armature-Objekt hier im Edit-Mode mal bearbeiten, indem wir hier die Bones einmal subdividen. Hier zum Beispiel vielleicht hier sogar mit drei Cuts arbeiten. Insgesamt hier vorne vielleicht auch mit neben von der zwei Cuts auf drei Segmente. Bei den Beinen können wir das ebenfalls machen. Wenn ihr keinen Hotkey habt für Subdivide, rechtsklick auf die Bones und dann den Button Subdivide auswählen. Das ist hier oben D und dann könnt ihr hierüber auch euren Charakter, wie gesagt, animieren. So, denn in der Mitte können wir auch noch ein letztes Mal hier in dem Falle unterteilen und der Rest bleibt so wie es ist. Jetzt haben wir hier über Subdivide uns schnell viele Bones erzeugt. Was bringt uns jetzt in dem Falle mehr Bones? Mehr Bones können bei mehr Geometrie dafür sorgen, dass ihr besser animieren könnt. Und in diesem Falle ist das auch unser Ziel hier. Wir werden noch kurz bei den Armen hier die Hände weiter vorne anfangen lassen und zwar ca. hier unten auf der Höhe und wir werden hier oben die Knochen noch ein Stück nachrücken lassen bis hierhin. So, und wenn wir nun das Ganze betrachten und uns genau anschauen, wen wir hier brauchen und wen nicht, können wir versuchen, die Fehler aus dem ersten Durchgang bei dem Mesh mit eben wenig Bones das, was wir eben falsch gemacht haben, zu korrigieren. Seitenansicht über Nummernblock 1, Edit Mode, die beiden Bones hier waren ein Stück zu weit oben, deswegen hier runter mit euch. Der hier war zu weit unten, der kommt weiter hierhin, so, und hier unten die Füße, auch die, wir können die mal nach unten ein Stück ziehen, bis eher hierhin und dann die Beine nachgehen lassen, ca. so. Okay. Dann, bei den Armen hier in dem Falle, hier war das Problem, glaube ich, dass die Vertices, die hier in dem Falle zu nah rangehen, auch von diesem Bone hier mitgezogen werden und da müssen wir drauf aufpassen, denn, was jetzt die Idee ist, wir könnten im Edit Mode eben, diese einzelnen Arme, die wir hier haben, über GX 0.01 vom Körper, oder 0.005 vom Körper, eben ein Stück weggehen lassen, bis hierhin, das Ganze gegenüber genauso, STRG L, GX 0.05, und zwar so rum, 0.05, bis hierhin, und dann auch in diesem Part hier, sollte wir nicht mehr von dem mittleren Bone erkannt bekommen lassen. Und jetzt, dasselbe Schema wie gerade eben, erst das Mesh auswählen, dann die Bones auswählen, STRG P, Set Parent to Object mit Automatic Weights und wir gehen mit der Armature direkt ausgewählt in den Pose Mode und schauen nach, was jetzt hier im Vergleich zum ersten Charakter mehr geht. Wir können einen Bone bewegen, für den Arm bis hierhin. Wir können den zweiten Bone knicken, um dem Arm eine gewisse Rotation zu geben und wir können den dritten Bone knicken, für der Hand eben in dem Falle auch eine gewisse Rotation zu geben. Das heißt, wir können nun hier in verschiedenen Richtungen dem Charakter eine genauere Animation verschaffen, wie ihr sehen könnt. Und das macht in dem Falle Detailarbeit bei einem Charakter auch aus. Ihr könnt jetzt die ganz verschiedensten Sachen bauen, wie zum Beispiel hier eine Facepalm Animation aus Spaß. Ihr könntet hier den Rücken wirklich die Formen, vielleicht soll ich es nach vorne ein bisschen verbeugen, so in der Form, dass wir sagen, hier so nicht mit dem Bone, aber mit diesem hier eher nach vorne so verbeugen. Noch mal ein Stück nach vorne hier und dafür den Knochen vom Arm hier weiter nach vorne gehen lassen. Er verbeugt sich gerade, wie ihr seht. Da könnt ihr nun mit den Bones mehr Detail rausholen. Wir haben also gerade zwei Armages, zwei Meshes und die bieten euch doch, glaube ich, mehr als genug Grundlage, um zu verstehen, wie mächtig eben hier bei Armages sind. Ich stelle noch mal beide zum Vergleichen nebeneinander gerade und dann schaut euch noch mal genau an, was ihr hier habt und was nicht. Wie gesagt, alleine schon nur die Bones und die Vertices. Es macht eine große Unterscheidung gerade auch beim Animieren, ob man ein eher simples Skelett hat oder ob man hier eben High Resolution mit mehr Bones für mehr Detailarbeit arbeiten möchte. Das war diese Folge von The Blender Creations. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, belohnt uns gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert vor allem unseren Kanal, wenn ihr kein weiteres Blender-Video verpassen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche in aller Früche wieder zu The Blender Guide, hoffentlich, oder bei diesen beiden Videos hier gerne vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye, bye.